Und wie fühlt sich das Draven-Main-Leben so an? Boah, ist es brutal. Das ist ein tolles Gefühl. Ich denke, das war es dann auch schon mit dem Interview zum gehirntoten Draven-Spieler. Hier aber nochmal die Reaktion, wenn er auf einen Gegner trifft, den er bereits kennt. Wer geht? Max, ich guck mich nicht nachfragen. Das ist so mies geworden. 1, 2 und 3 und für die Aktion. 5 und jetzt fangst du aus. Ist das die Fixe? Das ist ein Bastard, Alter. Oh, Alter. Federfeifen-B poetic und das Mann im Z aura einen Unterschied zu. Wir Até nicht. Drei-Groß, wenn der Kommand sur. Drei-Groß, kommst du wieder. Ihr könntest die Ver Renee-Bian-Leben kurz ab. Nehmen wir ab. Los, das ist das Madame-Leben. Drei-Groß, dass ihr das für ebenfalls noch nicht in Anya-Leben geht. Los, das ist es absolut. Wir sehen uns beim neue noi. Wir sehen uns die Aufschluehen. Wir sehen uns die neue Abhörungen. Wir sehen uns die Kommand. So, wow, jetzt will ich dich in Action-Safe, oder? Oh, lol, das ist so satisfying, Alter. Blitzcrank hat gerade Vares aus der Backline gehookt, und mitten in der Luft hat Graveseam einen Autotacker, wenn er ist Insel gestorben. Wo ist mein GP wieder? Hast du es gesehen? Der nächste mit Fenster sah ich rasch aus. Ey, ey, was ist das für Back? Viele Sätze von mir sind Vorsprung. Digga, was? Das war schon gar nichts gegen ihn, Digga. Oh, lol. Oh, Junge, er macht es, er macht es, er macht es, Digga, er macht es. Oh, Junge, ich hab alle Damage geh' ich. Alter. Oder? Oder? Ja, das war's unentscheidend. Ja, das ist scheiße, Junge. Holy shi-